Die Kirche von der Kirche 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 Ach, Köbel, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du dich, doch kirbst, du dir... Meine Johann Sebastian Bach, wenn man seine Kandaten nicht kennt, kennt man Bach nicht. Ich meine, es sind sein Testament. Man weiß, was mag man die besessen. Das sind wirklich ganz, ganz große Kunstwerke. Die Nachwelt wird sich nicht vergessen. To me, they are the heart of his church works. Wenn man einmal so in diese sehr, sehr tiefe Welt eingeht, dann versteht man viel mehr und sieht man mehr in den Details. Meine Kollegen, die dort auftreten, vor denen habe ich große Ehrfurcht. Sofort kritisieren, das ist besser, das ist besser oder sowas. Das ist wirklich schlimm für Jungs. Ich bin sicher, dass unsere Beziehungen anders sein werden, aber ich denke, das macht es für die Zuschauer sehr erreichbar. Hier in Leipzig oder insbesondere in der Thomaskirche und Nikolaakirchen gibt es so viele Leute um Bach'sche Musik. Das ist ein Zentrum von dieser Inspiration und Energie und Kraft. Das ist der Raum, in dem Bach arbeitet, auf eine regularer Ebene, jeden Tag in seiner Leipzig-Live. Es ist also sehr bewegend. Bach schreibt immer unter seinen Brief, ihr untertäniger Diener, aber wir sollen untertänig sein. Wir sollen sagen, danke Bach, dass wir deine Musik aufführen dürfen und wir sollen uns Mühe geben. Auf einmal. Auf einmal. Auf einmal. Auf einmal. Andere zu, untertiteln. Vielen Dank.